Lass den raus! Lass den raus! Komm mal raus! Komm mal raus! Komm mal raus! Komm raus! Lass den wirklich so mal vor! Lass den, lass den! Komm mal runter! Lass den, lass den! Nein, nein! Kann er nicht sein! Ich hab geraten! Was, Achmed? Wer ist, Achmed? Wer ist, Achmed? Mit dem telefonierst du? Komm! Schreit doch nur nicht rum hier auf! Komm runter! 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 Du hast du vorhin auf deine Brust geschlagen, wie ein Mann! Komm runter! Zeig mir deine Männchen! Keine Männchen! Komm! Da hat sie A telefoniert gerade mit ***! Der hat seine Eier mit ***! Ja, ich steh hier und ich sag, komm runter! Komm runter! ***! Komm runter! Komm runter! Komm runter! Du Fotze! Die stehen hier, die schreien rum! Die Telefonieren mit ***! Lass den, lass den, lass den! Hier! Das ist die größte Hose! Was ist der? Gibt's hier irgendwo einen Hintereingang? Wer sagt dem? Wenn der die Bullen sieht, der soll sofort aufhören! Also da kommt die Leute, der sagt die Polizei! Komm runter! Komm! Komm du! Der soll gegen den alleine kämpfen! Der soll runterkommen! Ich bin alleine! Ich schmeck mich nicht ein! Der soll runterkommen! Wo ist der? Weiß ich nicht! Halt mal! Halt mal! Ich geh hoch! Komm mich hinterher! War einfach ganz gut! Nein, nein, Bruder! Wir brauchen doch nicht in mein Studio rein! Jungs, bitte doch nicht im Studio! Alter! Ey, Alter! Ey, Jungs, halt auch Stammhild! Jungs, halt auch Stammhild! Warte mal! Ey, Jungs, halt auch Stammhild! Jungs, halt auch Stammhild! Jungs, halt auch Stammhild! Mach Video! Komm, komm! Jungs, ey!